Was geht da Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um den Auftakt von Woche 11. Sammle Grimbees Liebestrank bei der Pfannkuchenfestung, der Koralleninsel oder Stealthy Stronghold Oath. Also ihr habt drei Locations, um den Liebestrank von Grimbees zu finden. Ich zeige euch aber die Location von der Pfannkuchenfestung oder bei der Pfannkuchenfestung. Und im nächsten Video geht es dann um die Pralilenschachteln bei Pleasant Park, Holy Hatches oder Retail Row. Aber erstmal sehen wir uns bei der Pfannkuchenfestung in-game. So Freunde, und zwar müsst ihr bei der Pfannkuchenfestung ganz genau in die Mitte von diesem Ort gehen, wo auch meistens der NPC Grimbees zu finden ist. Und zwar geht ihr am besten von hier rein oder auch von vorne, ist auch egal. Also vorne gibt es auch einen Eingang, aber geht dann hier hin in die Ecke. Da findet ihr so einen magischen, sag ich mal, pinken Schildtrank oder einen Liebestrank, wie es Grimbees nennt. Und dann steht auch, oder gibt es einen Knopf, den ihr drücken müsst, um mit diesem Schildtrank zu interagieren. Und das drücke ich jetzt auch einmal. Und somit habt ihr diesen Auftrag abgeschlossen. Und es gibt halt verschiedene drei Locations, aber es ist nur, also es gibt nur eine Location, damit ihr diesen, oder ihr braucht nur eine Location, um diesen Auftrag abzuschließen. Ich habe jetzt euch den Ort bei der Pfannkuchenfestung gezeigt. Ich hoffe trotzdem, ihr könnt jetzt die drei Locations finden, falls zu viele Gegner bei anderen Orten sind, wie zum Beispiel bei der Pfannkuchenfestung oder bei der Koralleninsel. Danke fürs Zuschauen, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert den Kanal, um die nächsten Videos nicht mehr zu verpassen. Bleibt gesund und viel Spaß mit den Aufträgen von Woche 11.